Ich hab nen Brick. N' Brick? N' Brick? Was? Jetzt mach den ab! Dies ist eine ganz besondere Person. Und zwar handelt es sich hierbei um das Jere. Er streamt täglich auf Twitch und stellt extremst unterhaltsamen Content her. Deshalb ist sein Twitch-Kanal sehr empfehlenswert. Jere hat sich in der Twitch-Community durch seine lustige Art und abwechslungsreich im Programm einen Namen gemacht. Dass er immer neue und tolle Spiele spielt, hält seine Zuschauer immer bei Laune. Seht selbst, wie er seine Zuschauer außerordentlich gut unterhalten kann. Nein! 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 Was war das? Ich seh seinen Kopf durch die Tür. Junge, ich hör gar nix mehr. Er stude mich! Er stude! Er stude mich! Oh, moin, los geht's! Er hinter dir ist der Weg! Ich habe nen Brick. Oh! Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot! AAAAAAAAHHH AAAAAAAAHHHHHHHHH AAAAAAHHHHHHHHH SHHHHH Sshhh Sshhh HILFE HELFE HILFE Wieso hab ich das Gefühl dass da gleich jemand entlang läuft? A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A Mail City, wo bist Du? Hallo AaaaAAHHH Jetzt , jetzt ist der Kopf Oh mein G- nein NEIN A.A.A.AaA Oder ich komme zu dir nachha... Oh nein, oh nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein!